Vor kurzem war ich in so einem Kinderheim. Oje, war das schön zu sehen. Und ich habe alles mitgebracht aus dem Keller, was ich nicht mehr gebrauchen konnte. Die alte Waschmaschine, die schon seit Jahren kaputt stand, habe ich mitgenommen. So ein Grill, der total verdreckt war. Den können Sie wieder putzen. Wäschestände habe ich mitgebracht. Ein Fuß an der Seite ein bisschen waschen. Also komplett mein ganzes Sperrmüll. Und die haben sich so gefreut, weil sie nicht wussten, dass das kaputt ist. Die haben gedacht, das wäre alles gut. Und dann bin ich gegangen, und dann sind die Beschwerdenbriefe eingetrodelt. Und dann habe ich aber komplett meine Nummer gewechselt und meine Adresse. Und das habe ich nie wieder rausgekriegt. Und jetzt suche ich gerade wieder eine neue Adresse raus, für ein Kinderheim, wo ich helfen kann. Ist ja die richtige Zeit momentan. Nicht nur nehmen, nehmen. Ham, ham, ham. Geben auch. Geben muss man auch. Geben kann man auch. Geben kann man auch nochmal nachdenken. Vielen Dank.